Tipps bei Flugangst. Zehn Tipps, welche wirklich gegen die Flugangst helfen. Erschienen auf wastungegenflugangst.de. Sind Sie beunruhigt, weil Sie sich in einem Flugzeug ausgeliefert fühlen? Können Sie in einem solchen beengten Raum nicht richtig entspannen? Bei den Gedanken fängt das Herz an zu rasen und ein Schweißfilm bildet sich auf der Stirn? Die Angst vor dem Fliegen ist weit verbreitet, doch es gibt einfache Tipps bei Flugangst und Tricks, um dieses unangenehme Gefühl in den Griff zu bekommen. Tipp Nummer 1. Machen Sie sich keinen Stress vor dem Stress. Wozu sollten Sie sich im Vorfeld schon unnötig darüber Sorgen machen, was alles passieren könnte? Eine Reise kann schon stressig genug sein, auch ohne solche Gedanken. Packen Sie also in Ruhe Ihren Koffer. Um stressfrei durch den Tag des Fluges zu kommen, ist es sinnvoll, den Check-in bereits online zu erledigen. Tipp Nummer 2. Finden Sie den richtigen Sitzplatz, wo auch Sie sich wohlfühlen. Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen, ist eng verknüpft mit der Flugangst. Also sollten Sie sich möglichst einen Platz am Gang suchen, denn so vermeiden Sie das Gefühl, dass Sie eingesperrt sind. Anders als bei einem Platz am Fenster, wo Sie noch einen Sitzpartner neben sich haben. Der Blick aus dem Fenster kann zudem auch noch für ein Schwindelgefühl sorgen, das auch nicht gerade gegen die Flugangst entgegenwirken kann. Tipp Nummer 3. Weihen Sie die Personen um sich herum ein. Manchen ist der Gedanke an die eigene Flugangst peinlich. Doch das muss es gar nicht sein. Daher ist es gut, wenn Sie vielleicht Ihren Sitznachbarn oder auch die Flugbegleitung einweihen. Diese Personen können Sie dann ablenken und das Gute an dem Ganzen ist, Sie fühlen sich nicht mehr allein und müssen gegen Ihre Flugangst auch alleine nicht mehr ankämpfen. Tipp Nummer 4. Schieben Sie keine Panik vor der eigentlichen Panik. Sie sollten versuchen, Ihre Angst nicht zu bekämpfen. Ängste sind vollkommen normal. Jeder von uns hat Ängste. Manche mehr, manche weniger. Akzeptieren Sie diese Angst, die Sie tief in Ihrem Inneren hegen. Denn wenn Sie diese Angst leugnen, verbrauchen Sie unnötig Energie, die Sie für andere und schönere Dinge verwenden könnten. Sie sollten jedoch dabei auch auf irgendwelche pessimistischen Gedanken verzichten und aufhören, sich Fragen zu stellen wie, was wäre, wenn das und das passieren würde. Tipp Nummer 5. Nahrung als Geheimtipp. Denken Sie daran, dass Sie vor dem Flug noch etwas gegessen haben. Sollten Sie mit einem leeren Magen in ein Flugzeug steigen, wird das flaue Gefühl in Ihrem Magen nur noch verstärkt und leicht kann Übelkeit aufkommen. Es muss keine schwere Kost sein. Nehmen Sie etwas Leichtes zu sich. Achten Sie besonders darauf, genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Dabei sollten Sie auch beachten, dass koffeinhaltige Getränke dabei nicht gefragt sind und darauf lieber verzichtet werden soll. Tipp Nummer 6. Atmen Sie richtig und auch die Sitzhaltung ist wichtig. Sie sollten hier darauf achten, länger als gewöhnlich ein- und auch auszuatmen. Sie sollten tiefe Atemzüge nehmen, denn diese sind der sichere Weg zum Entspannen und dabei Panikattacken aus dem Weg zu gehen. Sie sollten auch auf eine gerade Sitzhaltung achten und Ihre Beine dabei fest auf dem Boden haben. Das bewirkt ein Gefühl, als würden Sie noch mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen. Tipp Nummer 7. Übungen durchführen, um zu entspannen. Es gibt eine Übung, die besonders gut gegen Anspannung wirkt. Ziehen Sie dabei Ihre Schultern nach oben bis zu den Ohren, halten Sie diese in der Position 10 Sekunden. Atmen Sie dabei ein. Sobald Sie wieder ausatmen, lassen Sie Ihre Schultern ganz langsam wieder sinken. Wiederholen Sie das Ganze etwa fünfmal. Danach fühlen Sie sich bestimmt schon viel entspannter. Tipp Nummer 8. Lenken Sie sich ab. Ablenkung ist doch immer noch die beste Medizin. Versuchen Sie dabei, Ihren Sitznachbarn vielleicht in ein Gespräch zu vertiefen oder aber Sie haben ein gutes, spannendes Buch dabei. Lassen Sie sich etwas einfallen, womit Sie sich gegen Ihre Flugangst am besten ablenken können. Tipp Nummer 9. Wenn der schlimmste Fall eintritt. Sollten all diese Übungen nichts helfen, können Sie sich auch vom Arzt Medikamente, Beruhigungsmittel oder Baldriantropfen verschreiben lassen. Sie sollten nur für den Notfall auch die Medikamente im Handgepäck mit sich führen. Tipp Nummer 10. Suchen Sie sich eine professionelle Hilfe. Und sollte auch dieser Tipp fehlschlagen, hilft dann wohl nur noch eins. Professionelle Hilfe. Es gibt in Deutschland ein Flugangstzentrum, das darauf spezialisiert ist, bestimmte Beratungen und auch Coachings durchzuführen. Zum Beispiel Lufthansa oder Air Berlin bieten diverse Seminare gegen Ihre Flugangst an. Zudem gibt es sehr preisgünstige und effektive Audioschulungen, welche von daheim aus in bereits kurzer Zeit die Flugangst vollständig eliminieren können. Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Texte mit Speakstaff. Speakstaff verbindet Publisher mit Sprechern und sorgt für ausgeglichene Hörer. Eine Win-Win-Win-Situation. Mehr auf speakstaff.com.